So, hallo und herzlich willkommen wieder bei The Secret of Evermore. Wir befinden uns mittlerweile schon auf der Raumstation. Und wir sehen hier lauter Knöpfe, die man betätigen könnte. Ich glaube, ich habe schon letztes Mal hier so einiges, glaube ich, versucht. Hier steht irgendwas Lock Lock. Und wir hatten... Kisoo Schnuffelino. Kisoo, mein metallischer... Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Ja, äh... Wieso Treibhausbeleuchtung? Warum sollte ich die überhaupt ausmachen, wenn ich so fragen darf? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das... Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und das müsste eigentlich die Alarmanlage für diese komischen Schieß-Micht-Tot-Maschinen oben im All sein. Die uns da sozusagen von A nach B nicht drüber lassen können. Ich habe mir, keine Ahnung, die drei Kombinationen hier ausprobiert. Die hier... Ich weiß nicht, ich habe mir alle Kombinationen aufgeschrieben. Und das versuche ich hier mal alles zu lösen. Ja, jetzt bitteschön, jetzt kannst du bitte... Was? Die erste habe ich doch... Die erste habe ich auf grün gestellt. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Die zweite soll rot sein. Und dritte blau. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da müsste man hochgehen. Also, jetzt gehe ich ja auch hoch. Hä? Ja, und jetzt müsste man das jetzt nachgucken, ob das jetzt wirklich auch der Fall ist, dass das... abgestellt ist. Denn das ist, glaube ich, dieses Sicherheitssystem. Tatsache! Kann das denn, dass das jetzt... Oder ist das ein kaputt, das Ding? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Anscheinend war das die erste... Ah! Anscheinend war das schon die erste Kombination, die funktioniert hat. Ich meine, es gibt ja nur drei, sage ich einmal, Farben. Und so viele Möglichkeiten für Kombinationen gibt es da ja auch nicht. Also, so schwer kann das da überhaupt nicht sein. So. Nein, lass mich! Verdammt, Ticos! Oh, was bist du überhaupt? Ich meine, was ist das? Also, das Ding... Opsala, mein Mikrofon. Also, das Ding erinnert mich an dieses komische... An diesen komischen Boss in der Pyramide, könnt ihr euch noch erinnern. Dort, wo wir das zweite Juwelauge bekommen haben. Was? Was? Okay, das hätten wir jetzt auch geschafft. Und das Problem ist, diese Typen, die spawnen ja immer. So, ich schaue jetzt nach, was hier ist. Ich kann mich jetzt... Ich glaube, in D4 waren wir, aber wartet doch mal. Wir schauen einfach nach... Kommst du? Wir schauen einfach nach, ob das wirklich der Fall gewesen ist. Okay, hier sind wieder solche... Solche Dinger... Was bist du? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner! Verdammt, Ticos! Ich dachte... Was? Wieso sind das jetzt auf einmal Gegner? Gut, das sind jetzt... Also, diese Ventilatoren, das sind ja die einfachen Schmeißfliegen. Aber das Ding... Jetzt sind schon zwei... Gieß du, schieß! Schieß mich tot! Oh! Jetzt haben wir zweimal geworfen. Ach, haje, Mini. Äh... Ach, lasst mich doch einfach. Ich lade hier mal. Komm. Komm. Och, wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen der Speer für diese Dinger nicht. Nehmen wir doch einfach mal unser super-duper-neues Laserschwert. Boah! Was ist das denn mit dir? Was bist du überhaupt... Was? Wieso greift mich eigentlich ein Roboter an? Also, so ein Waschroboter an. Wieso greift mich so ein Waschroboter an? Das geht nicht. Ich erlaube das nicht. Der eine war nett und der ist jetzt... Blöd? Also, wartet mal. Wenn hier schon Gegner auftauchen, dann müssen wir ja schon irgendwo näher immer kommen. Also, der Sache müssen wir ja schon immer näher kommen. Was ist das? Ah! Gottchen! Warte mal, guckt euch das an. Ist das nicht das Viech aus der Käfersteppe? Oh! Hier ist ein Grünes. Was? Und hier sind Fässer? Hier sind Fässer aller Altertum. Was ist hier? Was hast du hier? Hieß du? Was? Karma-Ring erhalten? Was ist ein Karma-Ring? Hieß du, du bist ein Held. Warte doch mal. Was ist ein Karma-Ring? Was soll ich damit? Soll ich mir das in den Hintern stecken? Wo sind meine Sachen? Was ist los? Wo ist mein Ring? Was? Nein. Fuck die. Äh, da. Okay, das, da, also hier ist das auch nicht. Huh. Was ist das? 30 Plasma-Raketen erhalten. Warum? Warum kriege ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas finde, so eine komische Musik hier? Also, als ob das irgendwas Besonderes wäre. Was? Ach so, das waren drei Mund. Also, warum kommt jetzt diese komische Musik nicht? Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Was? Piss dich weg. Piss dich weg. Ich habe ein grünes Schwert. Du nicht. Piss dich weg, sonst stecke ich dir den Po. Was ist da? Honig gefunden. Ach, piss dich weg. Da, piss dich weg. Piss dich weg, sagte ich. Was ist da? Warum kriege ich nonstop diese Musik? Also, ob das irgendwas Besonderes wäre. Es sind stinknormale Granaten für meinen Granatenwerfer da. Pff, okay, so, du bist einfach hier irgendwie der beste Eichling gefunden. Also, in diesen Containern findet man ja jeden Mist irgendwie. Auch Klopapier oder sowas. Oder Chinasuppe oder irgendwas. So eine Instant Soup. Was ist das? Was sind das für Laternen? Was sind das für Glühbirnen? Was ist mir da? Warum kann ich hier nicht durch? Warum kann ich hier nicht durch? Ach, da traue ich mich nicht rein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Gisoo? Gisoo? Komm mal her. Ah, aha. Schnüffel, bitte. Aha. Was ist hier? Was ist hier? Ist hier etwas? Nein. Ist das nicht. Was ist denn überhaupt hier? Nichts. Also, okay. Ich dachte, dass das irgendwelche Höhlen wären. Gut. Das ist es also. Auch nicht. War das jetzt also nur einfach irgendwie so ein komischer langer Raum, wo wir uns so ein bisschen mit unseren Sachen hier auffüllen konnten? War das so? Da. Also dieses Schwert hat es in sich irgendwie. Wie sieht es denn mit unserer Levelerei aus? Beziehungsweise, na, betreffend ist das Schwert, das hier. Laserschwert 3. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Also diese, die Waffen, glaube ich, die Waffen wurden, die levelt man anhand der Gegner, die man zerstört. Das ist jetzt mal etwas komisch ist. Das ist jetzt mal etwas komisches. Das hier kann, also an den Knöpfen, was hast du da, Kisu? Also an den Knöpfen kann ich hier nichts machen. Also hier kann ich komplett nicht eingreifen. Hier oben, irgendwas? Was hast du da? Ja, das habe ich schon aufgehoben. Mein Schnüffelhase, das habe ich schon aufgehoben. Gut, das heißt, D4 hätten wir jetzt... Och Gottchen, ich muss mir das Ganze jetzt noch merken, oder was? Oder was? Gut, hier unten auch nichts. Nein. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir auch das hier geschafft. Was ist denn hier oben eigentlich gewesen? Hier war doch nur... Ich dachte, ich hätte die Alarmanlage ausgeschaltet. Was soll denn das? Kisu? Du musst hier mal hoch. Da. Schieß, schieß es weg. Schieß es, schieß es dort. Schieß die Maschine dort. Ich weiß, sie kann nicht sterben, aber schieß sie dort. Ich will es nicht mehr sehen. Ich will mit meinem Charakter durch. Da. Das ist offen. Gut, Kisu. Hier rein. Wir wechseln wieder auf unseren blonden Typen da. Was? Wieso kann ich hier nicht durch? Wieso? Ich kann doch durch. Ich bin einfach zu fett. C4. Ach, das klingt jetzt schon mal interessant. Was ist denn C4? Ach, das sieht ja auch anders aus. Ein bisschen bunter, würde ich mal sagen. Was? Was? Also der Raum kommt mir bekannt vor. Ach, das sind diese Tüppelinos. Diese, oh. Diese Tüppelinos, die wir ganz am Anfang noch hatten. So ganz am Anfang. Wo wir ganz am Anfang in diesem komischen Labor gewesen sind. Noch in Großosthalm. Warte doch mal. Ich fress. Ich fress einen Nektar. Ja. Kisu, schieß es nieder. Schieß es tot. Eins verstehe ich nicht. Warum sind einige Roboter ziemlich freundlich? Und warum sind dann die anderen irgendwie so behindert? Kann mir das bitte einer erklären? Da. Schieß es tot. Ich sagte, schieß es tot. Da, Hitzeblitz. Hitzeblitz. Oh. Schieß es tot. Da. Was? Schon wieder? Nein. Was ist denn hier oben? Kann man hier irgendwas machen? Nein. Was? Was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Spinnt ihr? Da. Was? Scheiße, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Was war das denn? Wieso? Was ist denn? Hast du hier was gefunden? Hast du irgendwas gefunden? Hast du oder hattest du hier irgendwas? Kisu, bitte schieß es tot. Danke. Und was soll das? Jetzt lasst mich. Da. Pisst euch alle beide weg. Was seid ihr überhaupt? Ihr seid nicht mal organische Viecher. Ihr seid irgendwelche Maschinen, die irgendwie nur eine Schraube im Kopf haben oder sonst etwas. Ich hasse euch. Doppeldings. Was ist jetzt wieder los? Was ist los? Bitte lasst mich in Ruhe. Was? Da. Jetzt reicht's. Da. Nein. Was ist das hier, bitteschön? Ich bin gleich, ich bin gleich ultratot. Ich mach mal Heilkraft. Ach, jetzt wird das ganze Bild loser wegen dem Skill. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hier. Hier. Nein. Du kriegst mich nicht da. Was? Ich bin im ganzen Ausgewichen. Geile Sache. Oh. Ich muss mich schon wieder heilen. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Was ist das? Flucht? Nein. Ich will nicht flüchten. Ich bin... Was ist das? Superschild. Oh. Das werde ich aber irgendwann mal später benutzen. Wenn's mal der Fall ist, dass ich's brauche. Da. 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 Was? Da. Hier. Was ist los? Was soll denn das? Da. Piss dich weg. Piss dich einfach weg. Da. Hitzeblitz. Alla Zora Zottel Zopfino. Was? So. Endlich. Dim. Dim. Ja gut. Schöner. Wir hatten keine Bosskampfmusik. Was ist jetzt? Äh. Nichtsdestotrotz. Kraftauf kann ich... Krachthauf? Krachthauf. Kann ich aber öfter benutzen. Habe ich ja gesehen. Irgendwie viele 81 Male. Nichtsdestotrotz. Ich bleibe ein bisschen bei den Nektaren und so weiter. Die muss ich auch aufbrauchen. Denn manche Gegner... Was? Was hast du da? Na? Sag ich doch. Ich sag doch, dass er da was gefunden hat oder so. Was ist denn? Doch nicht. Ja, ich hab's schon. Also ich bin genau da, wo du mich hingelockt hast. Aber hier ist nix. Was ist denn? Ja, was ist denn? Hier ist auch nichts. Ja. Wartet doch mal. Wir gehen jetzt mal hier hoch und schauen uns an, was hier überhaupt ist. Ich hab keine Ahnung. Oh. Was ist da? Titaniumweste erhalten. Was ist eine Titaniumweste? Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Was ist eine Titaniumwespe? Wespe. Ja, eine Titaniumwespe. Ich hab Titaniumwespen. Das ist ja mal ein heftiger Unterschied. Fast 30 Punkte ein Unterschied. Gut, dann wechseln wir das und ja, verpissen uns sozusagen. So. Dann porten wir uns jetzt mal wieder weg. Oder Scotty beamt uns weg. B4. Wir sind also jetzt bei B4. Nein. Ach, nun gut. Dann muss ich schon wieder mit Kissen irgendwo rumlaufen. Da. Da. Ich schieße einfach. Ah, was ist denn? Ich hab doch geschossen. Was? Was ist mit dir? Was? 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 Was ist denn damit? Ich meine, hallo? Nein, 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 nein. Da. Jetzt treffen wir es anscheinend. Davor nicht aus irgendeinem Grund. Obwohl wir es nur geradeaus dort hingezielt haben. So, bist du dort? Nein, noch immer nicht. Was ist denn? Boah. Da. Was heißt hier miss? Wie kann man sowas missen? Das ist doch, glaube ich, schon der epischste Satz hier in diesem Spiel. Dort? Ja. Dort. Komm, Kisoo, komm rein. Da. So, jetzt bin ich wieder mein Held. Lass mich bitte rein. Da ist schon wieder so ein Ding. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche wieder meinen Speer, oder? Ich nehme jetzt mal wieder meinen Speer. Denn irgendwie, ich weiß nicht, das würde mir mit dem Schwert zu lange dauern. Viel zu lange. Komm. Kisoo ist auch hochgeladen. Ach, Kisoo erreicht Level 33. Na, wie schön für ihn. Was ist mit B3? Waren wir hier in B3 schon? Ich schaue jetzt schnell nach. Komm. Komm. Mehr als irgendwie uns verirren geht ja nicht. Okay, hier waren wir auch nicht. Ach, das sind jetzt diese komischen Pflanzen da, bei denen wir Licht angemacht haben. Ach, was ist mit euch? Okay, die Pflanzen können wir nicht kaputt hauen. Kann ich mit Kisoo hier rüber? Kann mir bitte einer sagen, wie ich hier rüber kommen kann? Oh. Was ist? Was? Ich verstehe es gerade nicht. Ja, mein Hund ist gerade auch in mein Zimmer gekommen. Da. Ich check's gerade nicht. Was ist, was ist damit? Geh du weg. Ich muss jetzt spielen. Was ist, was ist, was ist denn damit? Was ist denn damit? Jetzt ohne Witz, was ist damit? Was soll ich denn damit? Ohne Witz, wie komme ich hier rüber? Kann das denn sein, dass ich doch das Licht ausschalten muss, aus irgendeinem Grund? Nur, wo war das Licht? Ich glaube, ich muss hier wieder anfangen. Ich glaube, ich muss hier wieder anfangen. Ich muss hier kurz stopp machen, mir wieder Sachen hier aufzuschreiben. Denn, äh, ohne Witz, oder ich meine witzlos, wie ich das immer so schön sage, ich habe keine Ahnung, wo es hier bitteschön weitergeht. So, ich muss jetzt schnell zurück zum Kontrollraum und zu diesem komischen Raum. Ich habe schon hier meinen Stift und meinen Zettel hier hingelegt. Was hast du da, Gisur? Aha, ist hier irgendwas passiert? Nein, also, wartet doch mal, es müsste doch wenigstens auf diesem Rohr hier weitergehen, oder so. Okay, nein, also hier kommt man gar nicht. Ah, doch, man kommt weiter. Ich bin so bescheuert, dass wir, wir müssen doch nicht in so einen komischen... Da, da. Was? 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 Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Leute, ich bin gleich wieder da. Das gibt's nicht. Vielen Dank.